In diesem Video zeige ich dir, wie man einen bewussten Draw mit dem Driver spielt. Also bleib dran, wir starten jetzt! Hallo, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Lins St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft kein Video mehr von mir versäumen möchtest, würde ich dich bitten, den Kanal hier unten zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Wir befinden uns hier im Golfclub Lins St. Florian auf Loch 13. Dies hier ist ein starkes Draw klick nach links und wir wollen den Ball ziemlich genau auf diese Bunker hier starten lassen und dann darf der Ball eigentlich so weit nach links fliegen, wie er möchte. Bevor ich diesen Schlag spiele, müssen wir uns bewusst sein, was im Treffmoment eigentlich passieren soll. Und zwar ist es so, wenn wir einen Draw spielen, dann wird der Ball ja rechts starten und dann nach links zum Ziel zurücktrauen. Das Ziel ist eigentlich in diesem Fall hinter den Bäumen hier. Also ich möchte eigentlich, dass er rechts von den Bäumen startet und dann links an den Bäumen vorbeihuckt. Das heißt, ich muss die Schlagfläche im Treffmoment so hinbekommen, dass sie rechts von den Bäumen zeigt. Ich demonstriere das hier ganz kurz mit diesen weißen Stecken. Also noch einmal, der weiße Stecken repräsentiert meine Startrichtung. Es ist so bei einem Draw, dass für die Startrichtung des Balles die Schlagflächenorientierung im Treffmoment zu 90% verantwortlich ist. Das heißt, wir können beinahe sagen, dort wo die Schlagfläche im Treffmoment hinzeigt, also dieser weiße Stecken in dem Fall, dorthin wird der Ball starten. Das mache ich mal eben hier, also ich lege den Schlörkopf so hin, dass der in die Richtung zeigt, mehr oder weniger zu dem linken Bunker hier. Und der Draw kommt deswegen, weil ich jetzt den Ball von innen nach außen schlage. Das heißt, die Schwungbahn, die wird dann weiter rechts sein, als die Schlagfläche orientiert ist. Das heißt, wenn ich jetzt die Schlagfläche hier zu der Startrichtung habe und ich schwinge rechts davon, also für mein Gefühl eigentlich fast zu den Bäumen da rechts rüber, dann bekommt der Ball einen Schnitt, einen Drahl. Er wird ungefähr zu den Bunkern starten und wird dann nach links zu meinen Ziel fliegen, in dem Fall hinter den Bäumen. Vorausgesetzt natürlich, ich treffe den Ball wirklich in der Schlagflächenmitte. Das ist also der Weg, wie man einen Drauer spielt. Und früher hat man ja immer oft geglaubt, dass die Schwungrichtung quasi dafür verantwortlich ist, dass der Ball rechts startet vom Ziel und die Schlagfläche die Kurve erzeugt. Und das wurde vor einigen Jahren dementiert und man weiß jetzt, dass es andersrum ist. Also noch einmal, wir wollen die Schlagfläche dorthin ausrichten, wo der Ball startet. Und ich richte mich jetzt einfach rechts davon aus, damit ich auf alle Fälle dem Ball einen Drahl von innen gebe, einen Schnitt von innen gebe, von innen nach außen, aber versuche, dass die Schlagfläche im Treffmoment richtig zeigt. So, und jetzt schauen wir, ob er mir auch wirklich gelingt. Dieser Ball ist jetzt rechts gestartet, Richtung den Bunkern. Ich hätte gerne gehabt, dass es ein bisschen nach links geht, aber an und für sich bin ich mit dem Schlag zufrieden und ich wünsche viel Erfolg beim Nachmachen. Hier oben habe ich noch ein weiteres interessantes Video, das du dir anschauen solltest. Also, bis bald. Tschüss. TJO